Dieses Video zeigt Ihnen das Stiegensteigen ohne Handlauf. Verwenden Sie beide Unterarmgehstützen. Beim Hinaufgehen wird das betroffene Bein nach Möglichkeit etwas angewinkelt. Verlagern Sie das Gewicht auf beide Stützen und setzen Sie das gesunde Bein auf die nächsthöhere Stufe. Ziehen Sie die Stütze auf die gleiche Stufe nach. Wiederholen Sie den Vorgang für die noch verbleibenden Stufen. Beim Hinaufgehen wird das betroffene Bein nach Möglichkeit etwas angewinkelt. Stellen Sie beide Unterarmgehstützen auf die nächste Stufe und verlagern Sie das Gewicht auf die Stützen. Setzen Sie das gesunde Bein auf die gleiche Stufe nach. Wiederholen Sie den Vorgang für die noch verbleibenden Stufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017